Teil 3, 2. Trading Setup, Pullback Reversal und alles was ihr dazu wissen müsst in diesem Video. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Jetzt geht es um das Thema Pullback Setup. Also was brauchen wir? Wir brauchen erstmal eine Bewegung. Hier haben wir eine Abwärtsbewegung, weiter links ist halt einfach noch mehr Bewegung. Dann brauchen wir eine Korrektur, dass der Markt von einem Punkt X abrallt. Das ist unser Punkt X. Pullback Reversal bedeutet, der Markt muss von diesem Punkt wieder abrallen. Jetzt in dem Fall haben wir eine relativ weite Strecke dazwischen. Da wir aber einen sehr starken Umkehrpunkt haben, fasse ich diesen Trade als Ausnahme zusammen. Ihr seht auch schon, ich muss relativ klein die Kerzen machen. Normalerweise trade ich immer in der Größe und ich akzeptiere quasi nichts, was ich nicht sehe. Hier jetzt in dem Fall, weil es so ein schönes Beispiel ist, nehme ich das Beispiel einfach, weil es super zum Erklären ist. Und das ist gerade beim Erklären wichtig. Also wir sehen, wir haben hier ein starkes Tief, wir haben extrem viel Volumen, extrem negatives Volumen. Der Markt steigt an, plus es ist auch noch eine Divergenz. Also wirklich ganz, ganz starkes Tief, starker Absorption, starker Dynamikwechsel und danach kommt eine starke Aufwärtsbewegung. Und jetzt wollen wir von diesem Punkt den Abpraller traden. Das heißt, Pullback Reversal, warum? Weil das hier, diese Korrektur ist eine Bewegung. Das heißt, beim Pullback Reversal haben wir auch immer eine Bewegung, die aus mindestens, wir haben es ja gelernt, drei Rotationen in eine Richtung besteht. In dem Fall mehr als drei Abwärtsbewegungen. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf Rotation. Das heißt, eine sehr starke Bewegung. Wir haben Imbalanzen mit dabei. Wir haben extremes Delta mit dabei. Das heißt, eine wirklich, wirklich starke Bewegung. Jetzt ist wichtig, das Pullback Reversal Setup. Ihr seht es, hier nachher entsteht auch eine größere Bewegung. Das sind Setups, da können wir größere Bewegungen mitnehmen. Da müssen wir nicht kleinere Bewegungen mitnehmen, weil, bei diesem Pullback Setup, ihr seht es ja hier vorne, wir sind hier unten auch zweimal abgeprallt. Hier hätten wir das auch nehmen können. Wir hätten es auch als Short traden können. Das haben wir, und wir sind in einer Range. Also sehr, sehr praktisch. Bedeutet, wir haben ja hier unten irgendwo den Punkt, von dem wir traden und hier oben haben wir ja unsere Oberkante. Das heißt, die Strecke bis hier oben hin ist auch unser Minimaltarget. Das bedeutet, wir ziehen natürlich trotzdem unseren Stop ein bisschen passiver nach und achten auf Gegensignale. Wir machen auf keinen Fall Fill or Kill. Das nicht, aber wir haben ein sehr starkes Target, was erreicht werden kann. Das Setup tritt nicht so oft auf, außer wir haben solche starken Ranges jetzt wie hier. Das heißt, das ist ein Setup, was nicht mehr euer täglich Brot Setup ist. Das habt ihr vielleicht ein bis zwei Mal am Tag und nicht vielleicht 30, 40, 50 Mal wie so ein Pullback Setup. Aber dafür haben wir größere Strecken. Und jetzt schauen wir uns das Setup an. Wir wissen, hier links war was Wichtiges. Was passiert denn jetzt wieder? Wir haben die starke Abwärtsbewegung. Dann schauen wir. Extrem viel Volumen, extremes Delta, wenig Volumen, viel Delta. Das heißt, Sammelfase, Dynamikphase, aber alles sehr, sehr Volumen und Delta-Extrem. Das bedeutet, der Markt kommt langsam an seine Grenzen. Immer wenn Bewegungen aufhören, sehen wir nochmal, dass der Markt einmal schneller wird oder sehr einseitig gehandelt wird. Und das ist quasi meistens der Schluss, wenn eine Bewegung vorbei ist. Und wir sehen es direkt danach, nach diesen Volumen-Extremen, nach den Delta-Extremen, nach Dynamik-Extremen tut sich der Markt schwer. Wir haben einen Outside-Pock und wir haben wieder eine starke Divergenz. Und wir ändern uns, wir hatten hier auch eine Divergenz und einen starken Widerstandsbereich. Und dann gehen wir rein, wenn wieder unser High-Volume-Delta-Change oder Dynamik entsteht. Und wir sehen, hier haben wir ja unglaublich viele Käufer, die reinkommen. Wir haben positive Imbalanzen. Ja, wir haben hier noch einen Imbalance-Bereich, eine Multi-Stack, was ein potenzieller Widerstand auch ist. Das heißt, jetzt haben wir hier mehrere Möglichkeiten. Wir können sagen, wir gehen hier unten mit diesem extremen Käuferanstieg rein. Vor allem der Wechsel zu hier, da war ja Low-Volume. Da haben wir High-Volume im Vergleich. Das heißt, es ist valide plus. Bei High-Volume, wenn wir jetzt hier reingehen, können wir unseren Stop unter den letzten High-Volume lassen. Hier haben wir extremes Volumen gehabt, hier haben wir extremes Volumen gehabt. Das heißt, irgendwo hier oder hier unseren Stop hinzupacken, ist sehr vernünftig. Weil, wenn High-Volume-Bereiche gebrochen werden, meistens auch der Markt erstmal weiterläuft. Das heißt, wenn diese Bereiche gebrochen werden, ist die Bewegung eh tot. Das heißt, wir können mit sehr kleinem Stop jetzt in dieser Spezialsituation arbeiten und können sagen, okay, dafür kommen wir tief rein. Wir wissen, dass der Markt sich an sowas schwer tun kann, dass er sich hier länger aufhält. Wir wissen, wir haben ein starkes Setup. Ist für ein Long-Setup okay und wir können sagen, wir gehen hier rein, wir lassen unseren Stop hier unten und gucken mal, wie der Markt sich verhält. Und wenn er in eine Seitwärtsphase übergibt mit Gegensignalen, können wir auch jederzeit rausgehen. Was auch passieren kann, ist, dass der Markt durch so eine Imbalance das Ganze nochmal antestet und wir unten nochmal ein weiteres Pullback-Reversal bekommen. Dann würden wir das auch traden. Und so können wir das Ganze traden. Was jetzt hier tricky ist, ist natürlich diese Seitwärtsphase zu überleben. Ich gehe da immer wieder raus. Da bin ich ehrlich, ich gehe nicht hier rein, packe meinen Stop hier hin und warte ab. Ich gehe spätestens, wenn ich diesen Rücksetzer hier sehe, mit den vielen Käufern, wo der Markt sich schwer getan hat, wo wir von Verkäufern zu Käufern sind und nicht weiter angestiegen sind, gehe ich raus. Weil für mich ist dann bewusst, entweder testen wir das Tief hier unten an oder wir gehen in eine Seitwärtsphase über. Und das möchte ich nicht mitnehmen. Bedeutet, wir haben ja einen Pullback-Reversal, was dann in eine Konsolidierung oder in eine Range übergeht. Und ich würde hier eher den Range-Breakout oder den Continuation-Traden, was wir jetzt im nächsten Setup lernen. Das heißt, ihr seht, nur weil wir immer ein Setup haben, heißt das nicht, dass der Markt auch perfekt anläuft. Wir können aber aus einem Setup auch ein anderes Setup dann bauen und traden, wenn der Markt zum Beispiel nicht anläuft und einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Diese Lektion, die ihr jetzt heute lernt, da habe ich euch auch dieses Beispiel genommen. Es ist nicht immer alles genau so, wie ihr was lernt oder wie euch was gezeigt wird. Ihr müsst in der Lage sein, zu adaptieren und zu erkennen, wenn der Markt sich verändert, noch nicht so weit ist, rauszugehen und auf die nächste Chance zu warten, anstatt Sachen auszusitzen. Das ist das Schlimmste, was man im Trading machen kann, Sachen auszusitzen, wenn Märkte nicht anläufen. Deswegen habe ich auch genau dieses Setup gewählt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion. Schreibt euch das auf, lernt euch anzupassen und beobachtet, wie sich Setups und Sachen verändern. Und habt kein starres Denken. Das ist das Gefährlichste, was man beim Traden haben kann. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns zu Teil 3. Entschuldigung, Teil 4.